Er hofft, dass Mattarella ihn beauftragt, eine neue Koalition unter seiner Führung zu bilden, und zwar mit einer stärkeren Mehrheit, als sie sie jetzt hat. Denn die Mehrheit seiner Regierungskoalition hatte durch den Austritt der Kleinpartei Italia Viva, angeführt vom ehemaligen Ministerpräsidenten Matteo Renzi, vor etwa zwei Wochen verloren. Erst letzte Woche musste er zwei Vertrauensabstimmungen bestehen. Eine in der Abgeordnetenkammer, die Konte mit absoluter Mehrheit gewonnen hat, und eine zweite im Senat. Und hier hat er nur die einfache Mehrheit erreicht. Seitdem steht seine zweite Regierungszeit auf sehr wackeligen Füßen. Und es ist klar, dass er um jedes Abstimmungsergebnis hart kämpfen müsste, und das während der Corona-Krise. Bereits in dieser Woche steht eine wichtige Abstimmung im Senat an. Unwahrscheinlich, dass Konte hier die Mehrheit bekommen würde. Mattarella kann ihn nun entweder mit einer neuen Regierungsbildung beauftragen oder sich für Neuwahlen entscheiden. Neuwahlen wären allerdings mitten in der Pandemie und während über die Verteilung von Corona-Hilfsgeldern in Milliardenhöhe entschieden werden muss, eine Riesenherausforderung für das Land.